Also die Freizeit, wie verbringen Sie die Freizeit? Ich bin faul. Ich lese sehr viel. Wir haben einen kleinen Garten und eine kleine Terrasse, das schaue ich, dass ich es so halbwegs in Ordnung halte oder auch nicht. Bei uns hat es jetzt so viele Stürme gegeben, fragen Sie mich nicht. Auch bei uns waren Stürme. Haben Sie viele Stürme hier? Ja, ja. Also das war schlimm heuer, jetzt im Herbst. Und ich koche gerne und ich bewirte gerne meine Freunde, das habe ich von meiner Mutter. Ich habe gerne, wenn der Tisch wohl ist, wir haben einen sehr großen Tisch. Ja, und dann natürlich fahren wir Rad, wir haben E-Bikes und fahren da in Salzburg, ist wunderschön für die Radfahrer. Also das ist wirklich wunderschön. Ich liebe Wien, aber Salzburg-Umgebung ist ein Traum. Wir haben gleich Beirat.